Matteo Raab tänzelt auf der Linie, komm Junge, Raab, er hält ihn, er hält ihn, Matteo Raab hält die Kugel. Der HSV zieht ins Achtelfinale ein, Matteo Raab pritscht wie so ein Volleyballer die Kugel über den Querbalken und wird hier zum Pokalhelden. Der Pokaltorwart und er lässt sich jetzt auch gebührend feiern.